Der Kampf ist wieder fast vorbei. Der Kampf ist vorbei. Ja, lass mich noch ein letztes bisschen Hoffnung schöpfen. Und mich am Neustart hindern. Doch nicht Kira! Doch nicht Kira! Doch nicht Kira! Der Kampf ist verloren. Was sollen wir noch anders machen? Was sollen wir noch anders machen außer fehlen? Ich hab echt keinen Bock mehr. Ich mein, guckt euch das Vieh an, wie es da immer steht. Alle Kommentare darüber waren wahr. Jeder einzelne war wahr. Dieses Vieh ist einfach nur scheiße. Mann. Ich bin schon fast versucht, das offscreen zu machen. Warte am特ität. Kommt! Ich bin nicht alle Smiles und Sonne. warum habe ich englisch bis 2 tp warum hat er jetzt wenn du auch noch fast getötet kann ich jetzt wirklich noch an den sieg glauben heraufende anzugucken war muss auf jeden fall fangen greifen siehst du was passiert wenn sie nicht hier auswählt ich habe doch gewusst ist erwartet auch durch allerdings auch das zu machen was wirklich wichtig ist leute ich hab keine lust mehr diese schweißen ich krieg mich auf ich hab zum reich sowieso verpasst r ich finde mich hier schon dran eine halbe stunde leck mich eh leck mich kapitel elf ist für narsch so 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 Ich kann schon hier, kann man so heißen. Fang kann sowieso nichts reinhauen, irgendwie. Kann gar nichts beitragen, um das Vieh weiter hochzukriegen. Selbst im Sabotor nicht. Warum zum Teufel stück Wille auch immer fast? Ich glaube, welches Paradigm ich benutze. Ich darf niemals aus Zentil rausgehen. Das ist zu spät, Leute. Mein Wille ist gebrochen. Leute. Let's Play Final Fantasy 13 Aufnahme in und hier bis zum nächsten Mal.